Volk of the Viking Folge 16 startet mit Hähnchen und Bier. Wir sind immer noch in Welt 6, was weiß ich, was das hier ist. Die riesige Festung des Todes. Autsch. Ja, nu. Ja, das war gut. Und der nächste Schritt ist, oh Gott, komm her. Wir fangen diese Etage nochmal von vorne an. Irgendwas hat hier nicht so ganz funktioniert. Nicht so ganz optimal. Hey, lass mal ein Speer stehen. Oh Gott. Oh, Mjolnir. Cool. Ja. Naja, gut. Irgendwann kommen wir damit an die nächste Schatztruhe etwas einfacher ran. Ist auch nicht so kacke. Und bämsda bämm. Nummer 1. Nummer 2. Nicht verkehrt. Jetzt müssen wir nur gucken. Zack. Und kurz warten. Und zack. Und kurz warten. Komm her. Schlag. Jetzt bin ich dran. Pause. Und jetzt bin ich da dran. Und tschüssi. Ha. Ja, ja. Kannst du dich selber anhören. Damit habe ich gerechnet. Zack. Ey, warte. Wenn das der zweite Mjolnir war, könnte das bedeuten, dass wir bald fertig sind mit dieser Feld. Also beim Boss drin, meine ich. Uäh. Kannst vergessen, dass die auf einen zuhüpfen. Nein. Alter. Hast du sonst noch Wünsche? Komm her. Komm her. So. Bitte hier. Okay. Hör. Mach was. Nein. Das war nicht cool. Nicht cool. Gar nicht cool. Nicht so cool. Ah, wir wollen ja. Komm her. Das wäre ja dumm, wenn wir den nicht mitnehmen. Täten. Jetzt kommt der hoch, ne? Na, komm ruhig hoch. Oh, 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 oh. Ach, bleib da unten. Das ist mir egal. Versauer. Ah, meine Güte. Knackselibumm. Tschüss. Tschüss. Zack. Und hoppa. Wir machen das hier mit ganz viel Ruhe und Geduld. So, mein Turn. 5 und Pause. Und 6 und 7 und tot. Ne, wir wollen da drauf landen. Gar nichts wird hier gehurt. Oh, wir haben den Helm. Wir haben den Helm ergattert. Ich werde noch verrückt hier. Den Helm. Hallöchen. Und welch mit dir. Und welch mit dir. Oh, ich meine natürlich. I, Zombies. War das auf dem Inweg auch schon. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ha, ha, Flamesword. Alter. Und. Ach, Mist. Na ja, gut. Der ist fast down. Komm her. Komm her. Stirb. Mist. Und tschüssi. So, Flamesword, alter. Oh, oh. Alter. Wir sind beim Boss und hier startet man immer mit Flamesword. Gibt es hier auch einen Miollnir? Komm schon. Eigentlich muss es doch einen geben. Verdammt noch eins. Meine Nase juckt. Okay, wir sehen das Bild eines Drachen. Ich hab aufs übelste Angst. Alter, das ist ein Zwerg. Das war ein Zwerg. Hi. Na, mein Dickie? Was machst du? Huh. Huh. Kein Problem, ich bin ausgewichen. Ah, ja, damit hab ich gerechnet. Und du? Huh. Ähm. Was soll ich denn da machen? Ey Typ, hast du einen an der Waffel? Okay. Das war unser erster Versuch. Wie, wie... Wie einfach der wirkt. Nicht. Aber mit Flamesword. Alles cool. Wir kriegen erstmal unseren ersten Freitreffer. Hoffentlich wieder. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Aua, das trifft einen. Verdammt. Nein. Ach Mist, das ist so hoch. Kacke. Wir brauchen keine Items. Na gut, brauchen wir doch. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir nehmen sie mit. So, erstmal konnte man den ja so schon treffen. Huah. Ey, come on. Diese dämlichen Spitzen. Okay. Was macht man da? Da muss man erst auswidnen und dann wieder hochlaufen, oder was? Kacke. Ich wollte ihn doch noch ein verpassen. Einmal so, einmal so und einmal zack. Hoch. Kacke. Ey, Mist. Das ist doch nicht zu fassen. Höra. Nein. Ich muss hoch. Glaube ich. Hu. Alter Typ. Hast du sonst noch Wünsche? Hjoh. Da war der Boden weg. Ja, nee, ist klar. Habe ich gar nicht gesehen. Komm schon, wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Das ist doch nicht so schwer. Das ist übertrieben schwer, aber das ist doch nicht so schwer, oder? OMG. Was lacht denn so ein blöder Zwerg? Einmal, zweimal, dreimal. Und mit einem Flameshaut. Ne, warte, das wollte ich nicht. Doch, ich wollte das. Was? Verdammt. Mist. Nein, ne? Okay, gibt es denn eine Möglichkeit auf der rechten Seite hochzukommen und falls es eine gibt ist es da überhaupt safer? Du blöder Drache Friss das und das und das und das Nein Doch Ich habe noch eins Mist Jetzt muss ich ja sowieso ein bisschen safer stehen Aua Okay, 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 okay Ich weiß noch nicht so ganz genau Aber ich habe das noch nicht raus Das kann man rauskriegen Friss das Zwerg und das Zwerg und das Zwerg Komm hoch Scheibenkleister Hö So, jetzt Nein Nein Jetzt müssen wir warten So, hier ist safe Safe Oh, oh Okay Jetzt macht er hier die Sachen kaputt, ne? Genau Das bedeutet bestimmt was Hürger Oh, verdammte Kiste Macht er dieses Spiel jetzt nochmal Oh, ich wurde nicht getroffen Scheibenkleister Nein, Mann Das ist eine Riedensauerei Stirb 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 Nicht ich Komm schon Triff Nein Ja Ja Nein Zu früh gejumpert Kann man sich da unten verstecken? Das sollten wir mal testen Einfach mal testen Wir testen jetzt mal ein bisschen Geh weg Zwerg Lach nicht so blöde So, hier Aber hier ist man nicht safe, ne? Nicht so richtig Ja Okay, das funktioniert also nicht Okay, dann probieren wir mal, ob wir da hochkommen können Vielleicht geht das ja Wir schauen mal Oh mein Gott Hau ab, du blöder Zwerg Komm schon Mist Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch Das heißt, die Taktik, die wir eben verfolgt haben, war schon ganz cool eigentlich Wir dürfen uns dabei nur nicht treffen lassen Ist machbar Aber die ersten zwei Treffer kriegt er trotzdem Oder drei, ich weiß ja nicht, ob der noch trifft Friss das Und das Und das Und den hier Autsch Alter Falter Burger Mist, das war nicht klug So So Friss den Und den Und Will das da mit Oder hier mit Komm hoch mit dir, Volga Ei, das war dumm Das war ganz dumm Okay, wie viel Energie der wohl hat Ich weiß es nicht Wir versuchen ihn direkt in der nächsten Folge noch einmal Bis dahin Tschüss